Hallo, 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 weiter geht's mit KOK! Willkommen da zu euch mit der Lassi, wozu ganz herzlich zu einem weiteren Part und wir starten voll durch, man, wir haben's voll drauf. Wir befinden uns in meiner Base, wo denn sonst? Wir haben den letzten Clan-Krieg übrigens verloren. Elendige Niederlage, wir sind so schlecht. Nein, ihr habt euer Bestes gegeben und wer nicht angegriffen hat, ist einfach nur scheiße. Ich habe aber 0 Sterne gebracht, weil ich blöd bin, beziehungsweise es wieder nicht gerissen habe. Von daher passt es auf jeden Fall. Na egal, ich bin halt zu duft dafür. Ich bin gerade am Testen, beziehungsweise versuche ich jetzt ein bisschen mehr mit den Barbaren umzugehen, weil die Dicken gehen mir also langsam auf die Eier, weil sie so langsam sind. Und wir schauen dann mal, was wir damit reißen können. Ich versuche gerade noch, oh, ich bekomme sogar einen Drache. Dankeschön, Daniel, für den Level-1-Drachen. Ich bin noch fleißig dabei am Upgrade, wie man sieht, ich habe 280.000 Gold, was ich gleich ausgeben werde, um meine Mauer abzugraden. Mal so langsam, aber sicher müssen die hochkommen. Was jetzt noch fehlt, beziehungsweise wo wir gerade dabei sind. Goldmine Level 9. Hier, Elixir-Sammler Level 10. 10, dann sind die beiden auf jeden Fall schon mal fertig. Als nächstes brauchen wir den hier auf 10. Das heißt, die Goldmine muss auf jeden Fall noch dann drei Tage hochgezogen werden. Die ist auf 10, die ist auf 10. 10, 10. Das bedeutet, in zwei Tagen, beziehungsweise nochmal drei Tage, es dauert nicht mehr lange. Wir können dann gleich, beziehungsweise später schon mal anfangen, hier die Luftabwehr und das Rathaus abzugraden. Ich muss so langsam Gold sparen eigentlich. Natürlich fehlen noch die Mauern und die Kasernen noch. Die Kasernen dauern wie lange noch? Die hochzuziehen, beziehungsweise das dauert auch zwei Tage. Die kann ich ja nicht mehr upgraden. Oh Gott, da gibt es Drachen Rathaus Level 7. Und was fehlt noch? Es fehlen noch die Armeelager. Das dauert auch jeweils noch drei Tage. Leute, wir sind so langsam an dem Punkt angekommen, wo wir das Rathaus upgraden können. Leute, es dauert nicht mehr lange. Ich freue mich so unglaublich. Ich freue mich sehr, sehr geil. Und die Deutschlandflagge. Natürlich nicht vergessen. Muss ich auch noch bauen. Die Deutschlandflagge. Morgen ist es soweit die WM startet, Leute. Die WM startet. Dafür muss die Deutschlandflagge rausgepackt werden. Wo ist sie denn? Da ist sie. Sie muss raus, Leute. Sie muss da hin. Wohin? Hier. Deutschlandflagge. Sie muss sichtbar sein irgendwo bei mir. Oben hin. Irgendwo. Scheißegal. Hier. Unten in der Mitte. Zack. Dankeschön, Deutschlandflagge. Du stehst hier richtig. Sie muss hier hin. Ihr wisst Bescheid. Die WM startet morgen. Von daher, wir müssen natürlich Deutschland auch die Daumen drücken, dass wir das Ganze schaffen. Ich hoffe natürlich, dass ich bald komme, aber ich glaube nicht, dass sie Weltmeister werden. Naja. Man kann ja an alles glauben. Egal. Wir greifen jetzt einfach mal an hier, weil wir haben jetzt noch einen Drachen bekommen. Danke schon nochmal dafür, Daniel. Von daher greifen wir jetzt an und schauen nochmal, was wir so haben. Das ist schon mal ein bisschen wenig. Und das kann natürlich jetzt ein richtig harter Fell werden. Ich muss mit den Barbaren noch ein bisschen umgehen, beziehungsweise etwas besser am Start sein. Natürlich haben wir nur die Möglichkeit, wir haben hier nicht Multi-Touch-Fähigkeit mit unserer Maus, sondern halt nur eine Maus und nicht so wie beim Handy, beziehungsweise beim iPad oder beim Tablet. Kann halt mit zwei Fingern agieren. Hier kann man das Ganze leider nicht. Deswegen sind wir etwas eingeschränkt mit so vielen Einheiten, finde ich. Wenn ihr Tipps habt, wie ich das am besten machen kann, schreibst du gerne mal in die Kommentare über den Blue-Stack-Player. Viele fragen sich, Lars, wie nimmst du auf mit dem Blue-Stack-Player? Ganz einfach. Das ist der Blue-Stack-Player. Habt ihr mal googeln oder bei YouTube suchen. Da gibt es auf jeden Fall 5 Milliarden Anleitungen. Von daher werdet ihr auf jeden Fall dort weitergeholfen. Och, nicht schon wieder. Schon wieder nicht synchron mit dem Client. Was ist denn los mit dem Client? Letzte Zeit spackt er ein bisschen rum. Egal. Passt schon. Weitere Gegner finden. Ist alles im grünen Bereich. Solange es nicht passiert, wenn wir einen geilen Gegner gefunden haben, passt es. Oh, 135.000 Gold. Das ist doch sehr, sehr geil. Nur eine Luftabwehr. Schaffen wir jetzt mit zwei Blitzen auf vier abgegradet, das schon wegzuhauen? Ich hab's noch nicht getestet, ob wir das schaffen. Ich teste es einfach mal. Weißt du? Wir sind am Start. Wir können es aber mal testen. Obwohl, scheißegal, ich will lieber... ...einen Magiaturm wegbekommen. Und am besten noch... Minenwerfer. Okay, das reicht. Der ist schon mal down. Das ist sehr, sehr schön. So, jetzt greifen wir... Das Gold brauche ich natürlich. Also greife ich von hier an. Erstmal so ein bisschen hier. Oh, das noch. Lol. Dann besteht hier einfach mal noch so ein Kollege. Egal. Wir räumen erstmal ein bisschen auf. Die Gebäude hier. Die müssen schon mal weg. Das ist sehr gut. Dann kommen auf jeden Fall schon mal unsere beiden Boys hier. Beziehungsweise hier schicken wir ein paar rein. Schon mal ein paar... Obwohl, die Mauerbrecher kommen gar nicht durch, oder? Doch, hier. Komm, Mauerbrecher. Rein damit euch. So, zack, rein damit. Das läuft. Noch mehr Mauerbrecher, damit wir hier durchkommen. Noch ein paar Bogis. Alle Barbaren auf einmal bitte rein naschen. Dann läuft die Kiste. Sehr gut. Und jetzt kommen die Bogis hier noch. Ich weiß gar nicht, ich sollte mal mit den Einheiten vielleicht von mehreren Seiten angreifen. Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall schicken wir jetzt erstmal hier die ganzen Boys hier rein. Dann kommt der Drache. Und der Rest hier auch noch. Haben wir auch noch irgendwas? Nein, es ist alles in der Verteidigung drin. Von daher kommen wir gefickt alles reinballern. Der Magiaturm wieder hat halt alles wegkrotzen da, ne? Der verdammte Magiaturm. Egal, der Drache räumt ein bisschen auf. Das ist halt wieder nicht ganz so geil gesetzt von mir, oder? Der Magiaturm rat trotz, glaube ich, alles weg. Oh, eine Luftbombe gegen meinen Drachen. Das ist in Ordnung. Was greift mein Drachen da gerade an? Ich weiß es nicht. Okay, meine anderen sind schon wieder alle tot. Sehr gut. Der Magiaturm hat halt alle weggefickt. Ressourcenmäßig haben wir aber das Gold bekommen, was ich haben wollte. Das passt. Und mein Drache greift noch die Einheiten an und verreckt jetzt, beziehungsweise stirbt jetzt auch. Ist okay, das Gold haben wir bekommen. 129.000 Gold ist in Ordnung. Ich glaube, mit Riesen und mit Heilern hätten wir den, glaube ich, ohne Probleme komplett zerstört. Und hätten auch die Pokale bekommen. Ah, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, Leute. Ich glaube, ich baue doch wieder die Dicken und zwei Heiler. Zwei Heiler und die Dicken. Ich glaube, damit kann ich echt besser umgehen. So, wenn ihr sagt, nee, das war so in Ordnung mit so und so, mit der Taktik, beziehungsweise hättest du die so geschickt, hättest du alles geschafft. Schreibt es doch gerne in den Kommentaren. Wie gesagt, ich bin offen für alles. Auch für Popo, Liebe. Nein. So, fünf hiervon. Dann noch ein paar Kobolde hier. Zack. Dann nochmal hier. Zehn, das sollte passen. Und den Rest auf jeden Fall mit Bogenschützen. Und dann haben wir auf jeden Fall eine gute Armee. Vielleicht hier ein paar weniger. So, sehr schön. Elixiermäßig baue ich dann wieder zweimal Blitz. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Finde ich ein bisschen besser wie halt, ähm, Heal. Weil mit Heal, wie man sieht, habe ich noch nicht ausgebaut auf vier. Noch nicht genug Upgraded. Deswegen finde ich den Blitzzauber ein bisschen besser. So, jetzt werden wir auf jeden Fall ein paar Mauern Upgraden für den Money, was wir haben. Money in the Hood. Money in the Hood. Graden wir die Mauern ab. Ist immer sehr, sehr, sehr schön. Mauern Upgraden ist sehr, sehr toll. Aber können nicht mehr. 244.000 Elixier haben wir noch übrig. Das reicht nicht, um das Ganze abzugraden. Sehr, sehr schade. Aber naja, man kann halt nicht alles, ne? Dann müssen wir weiter hier die Elixiere hochziehen, beziehungsweise die Sammler. Dauert halt noch ein paar Tage, bis das fällig ist. Und wir gehen so langsam auf Rathaus Level Nummer 7 an. Beziehungsweise gehen dorthin und werden uns dann in den Barbarenkönig besorgen. Mit dem Barbarenkönig werden wir einiges reißen. Ich lebe ihn. Ich weiß gar nicht, wie das geht mit dem Leveln. Ob man mehr Angriffe, mehr Level bekommt. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Könnt ihr mich auch gerne aufklären in den Kommentaren. Und das Rathaus, Entschuldigung. Oh, jetzt haben wir ihn noch hier verschluckt. Lass dich erstmal drin. Farben ist noch nicht angesagt, sondern halt das Rathaus drin lassen. So, also. Rathaus, wenn wir zusammen mit Luftabwehr upgraden, habe ich ja schon 10.000 Mal gesagt. Das ist so der Plan. Und dann sieht es doch gar nicht mehr so schlecht aus. Ich habe leider keine Angriffe, die irgendwie geil sind, weil, wie gesagt, ich war halt zur Zeit nicht so viel am Handy unterwegs bei Crash of Clans. Wird sich wieder ändern, wenn es sich ein bisschen abkühlt, beziehungsweise ich wieder auch PC-mäßig ein bisschen mehr Kok spielen kann. Ich hoffe, ihr könnt mir auf jeden Fall verzeihen. Clanmäßig gibt es sehr viele Angriffe, beziehungsweise viele Drei-Sterne-Angriffe, glaube ich, auch von uns. Ja gut, oder nur einige. Die werde ich nicht zeigen, weil viele sagen, Lars, ist nicht ganz so interessant. Vielleicht werde ich mir später nochmal, quasi nicht in der Aufnahme nochmal die Besten raussuchen, die mir vormerken. Und später dann in der morgigen Aufnahme quasi die besten Angriffe von uns mit drei Sternen von dem Clan-Krieg im Video zeigen. Ich denke nochmal, das ist eine schöne Idee. Dann war es das schon wieder von Kok, ein etwas kürzerer Part. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal, vielleicht dann ist das Rad doch schon abgegradet, beziehungsweise ist gerade dabei. Wer weiß das denn schon. Bis zum nächsten Mal aus der Rhein und tschüss. Bye, bye.